Marx, der Unvollendete Marx, der Unvollendete Es ist ein Buch, eine Biografie von Jürgen Neffe. Erschienen ist es im Marx-Jahr 2018. Warum Karl Marx, warum diese Biografie? Der Untertitel zeigt es an. Der Unvollendete weist darauf hin, da kann sich noch was ereignen, da sollte noch was kommen. Und tatsächlich ist die Stärke dieses Buches von Jürgen Neffe, dass er die Zukunftsoffenheit des Werkes von Marx aufzeigt, ohne die Probleme dieses Werkes und ohne die Probleme von Marx' Charakter zu verschweigen. Denn eines ist sicher, ein besonders liebenswürdiger Mensch war dieser Karl Marx sicherlich nicht. Er hat seinen Konkurrenten Ferdinand Lasalle, den eigentlichen Gründer der Sozialdemokratie, hat er als in Anführungszeichen jüdischen Nigger, Anführungszeichen oben, bezeichnet. Das ist ein ganz schlimmes Schimpfwort schon damals, erst recht heute. Wofür stand er? Für welche Werte? Erstaunlicherweise, das habe ich gelernt, stand er zum Beispiel in erster Linie für den Wert der Freiheit. Für Pressefreiheit engagierte er sich in seinen Anfängen. Für die Freiheit des Einzelnen, für die Freiheit des Denkens. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man die Geschichte des Kommunismus und der sozialistischen Staaten betrachtet. Für mich war es durchaus etwas, was ich dazugelernt habe. Dass er sich für soziale Gerechtigkeit stark machte, das war mir bewusst. Und das ist ein Hauptanliegen seines Werkes, sozusagen der Magma-Kern, aus dem heraus dieses Alles, was er geschrieben hat, glüht. Aber wie gesagt, das große Plus ist die Gegenwartsbezogenheit. Und das möchte ich Ihnen gerne anhand einer Passage aus dem Buch von Jürgen Neffe illustrieren. Der Zwang zum Wachstum und die dadurch bedingte Zerstörung der Umwelt, Überproduktion und Wegwerfgesellschaft. Bis heute geht noch jedes Wachstum mit steigendem Verbrauch von endlichen Ressourcen einher, der mehr als alles andere für die Grenzen des Wachstums steht. Befreit vom immanenten Wachstumszwang, mit dem einzigen Zweck, Kapital als Privateigentum zu vermehren, geriete die heute vielbesungene Entschleunigung auf ein menschliches Maß ebenso in den Bereich des Machbaren wie eine Überwindung der Entfremdung. An das verringerte Tempo würde man sich gewöhnen. Das verringerte Tempo, das hat mich nun tatsächlich an die Situation in der Corona-Pandemie-Krise erinnert, die wir in den vergangenen Monaten erlebt haben. Da war sie, die Entschleunigung. Da war es das Drosseln des Wachstums und da war es die verringerte Geschwindigkeit. Und wir konnten trotzdem damit leben. Eine Zeit lang ganz gut, dann wird es problematisch. Aber wer sagt denn, dass für alle Zeiten Wachstum sein muss? Das war nicht die Aussage von Marx. Ihm kam es darauf an, dass das, was an Gütern vorhanden ist, gerechter verteilt wird zwischen den Menschen. Marx, der Unvollendete, er setzte sich ein für die Freiheit der Kinder von der Kinderarbeit. Denn damals mussten sechs- bis zwölfjährige Kinder oft zwölf Stunden und länger arbeiten. Das war ein Kampf für die Freiheit. Er setzte sich ein für die Pressefreiheit. Weil er selbst auch zensiert wurde, ohne Zweifel. Das war ein Kampf für die Freiheit. Und er setzte sich ein dafür, dass es in den Schulen eine freie Erziehung geben sollte. Nicht staatlich bevormundet. Und er setzte sich ein für Freiheit durch Freizeit. Also indem die Menschen von der Arbeit entlastet werden und beispielsweise ein Acht-Stunden-Tag ein menschliches Leben ermöglicht. Da gewinnen sie an Freizeit hinzu und damit an Gestaltungsmöglichkeiten für ihr eigenes kreatives Leben. Und das sollte, so Marx, Ziel des Sozialismus sein. Durch gerechtere Verteilung der Ressourcen, bessere und sinnvollere Verteilung der Arbeit, den Menschen auch Freizeitgewinne und damit Gewinne an Lebensqualität zu bescheren. Ich meine, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir einiges zusammentragen können aus den Analysen, aus den Forschungen und aus den Werten, die in diesem Werk sich finden. Das Eintreten für Freiheit, für soziale Gerechtigkeit und für einen besseren Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Das sind so Elemente, die wir in der Gegenwart brauchen. Und das möchte ich uns empfehlen, dass wir sie aufgreifen und in unserem Lebensalltag, in unseren Kontexten umsetzen.